Die Römer entwickelten in der Antike ein weitreichendes System der Wasserversorgung. Eine ihrer genialen Ingenieursleistungen, das Aquädukt. Nach Rom führten nach und nach bis zu elf Fernwasserleitungen. Sie brachten täglich mehrere Millionen Liter Frischwasser in die Stadt. Der Bevölkerung standen zeitweise rund 400 Liter pro Person und Tag zur Verfügung. Das ankommende Wasser wurde in Reservoirs eingespeist. Und von dort aus über Druckleitungen zu den Verteilerbecken im Zentrum geleitet. In jedem Stadtviertel gab es öffentliche Latrinen. Auch mehrere Bäder hatte die Stadt. Und über tausend Brunnen wurden ständig mit Trinkwasser versorgt. Damals galt Sanus per Aquam. Gesund durch Wasser.